Heidende! Wie legst du eigentlich dein Geld an? Ich hab ja in Ehrenfeld 16 Bars, wo ich Kneipen tue, also wo ich Kneipe mit Freunden, also Wassertreten. Wäre nicht der bessere Gag gewesen, wenn du gesagt hast, ich hab mit meinem Tresor 16 Bars liegen? Das wäre der bessere Gag gewesen. Pass auf, jetzt kommt noch ein besserer Gag. Heidende! Now! Heidenau! 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 Digga die Dende, Mann! Burn! Burn! Heidenau ho! Heidenau ho! Heidenau ho! Hier geht's doch nicht um Heidenau, nicht um den kleinen Nazi, die arme Feidesau. Das Problem ist Marker-Eigenbau und Mut ist nur das, was ich mich alleine trau. Es riecht nach Riot, da ist Ärger nicht weit, denn der Schweiger, der merkelt und die Merkel, die schweigt. Ein paar Kartoffeln haben schon Stärke gezeigt, mal sehen wer hier wessen Werte nicht teilt. Irgendwann wird jeder Nase klar, dass Demokratie immer Beta-Phase war. Wenn die Lage eskaliert, hat der Rest kapiert, dass blind, stumm und taub gar nix besser wird. Es ist mal wieder an der Zeit, euch zu erklären, dass ihr die anderen seid. Hallo Gesellschaft, Nazi aus, und du frisst meine kleine Pazi Faust. Wenn du wirklich noch ein Fazit brauchst, ich hab noch hunderttausend Reime auf Nazis raus. Digga die Bände mal und die freie Radikale !